Bleibt es, also es geht weiter, es hängt sich nicht auf. Dann gibt es in der Software auch noch ein Workaround. Das Einzige, was euch hilft, zeige ich euch gleich. Und zwar fahrt ihr euren PC komplett runter, nehmt euren Netzstecker raus, drückt dann auf die Antaste vom Gehäuse, damit der Reststrom draus ist. Könnt wieder euren Stecker reinmachen, hochfahren und dann funktioniert das Ganze. Ich hoffe wirklich, dass da ein Update kommt, weil ich gucke wirklich täglich. Ich sage mal für 244 Euro aktuell wäre es schon gut, wenn das Ganze funktioniert. Ich will da gar nicht lange groß meckern, solange das mit dem Software Update behoben wird, ist alles schick. Und solange man die Leute auch informiert, ist auch alles cool. Einfach ein Software Update bringen, Lian Li, damit die ganze Sache rund läuft. Und dann ist das wirklich eine super Wasserkühlung und ein super System, um nicht nur schick auszusehen, sondern auch ordentlich runter zu kühlen.